Die Sowjetunion war damals 15% der gesamten Landfläche der Erde und bestand aus 15 sozialistischen Sowjetrepubliken. Wie es diesen 15 Sowjetrepubliken heute geht, erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen Freunde zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Die Sowjetunion war unglaublich divers, nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell und ethnisch. Die 15 Länder wurden nach dem Zusammenfall der Sowjetunion 1991 unabhängig und sind heute bekannt als Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Estland, Georgien, Kasachstan, Kyrgyzstan, Lettland, Litauen, Moldawien, Russland, Tadjikistan, Turkmenistan, Ukraine und Usbekistan. Ja und obwohl alle unter russischen Einfluss standen, haben sich die Länder natürlich komplett verschieden entwickelt. Das Baltikum hat sich ganz anders entwickelt als die Stanstaaten in Asien. Das liegt natürlich an verschiedenen Faktoren, an geografischen, an politischen und so weiter. Und in diesem Video zeige ich euch und vergleiche, wie sich diese Länder parallel zueinander entwickelt haben. Fangen wir an mit der Wirtschaft und dem Bruttoinlandsprodukt. Direkt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es in allen Sowjetrepubliken erstmal starke Rezessionen. Die Infrastruktur und Produktionslinien haben darunter gelitten. Also alle waren erstmal ärmer, aber nach einem kurzzeitigen Dip stieg das BIP über die Zeit in der Sowjetunion hinaus. Die frisch gewonnene Freiheit hat sozusagen zu mehr Wohlstand geführt. Turkmenistan, eine verrückte Diktatur in Zentralasien, konnte sein BIP zum Beispiel um 300. Prozent steigern. Ihr seht, die Hauptstadt in Turkmenistan besteht nur aus weißem Marmor und wäre eigentlich sehr reich. Turkmenistan hat nämlich die sechs größten Gasreserven auf der gesamten Welt. Dennoch geht der Wohlstand über den Diktator Berdimuhamedov. Und die Bevölkerung bekommt davon nicht so viel ab, Leute. Zwei Funfacts. Turkmenistan hat seine eigene Hunderasse. Und vor einigen Jahren hat Putin mal vom türkmenischen Präsidenten so einen Hund geschenkt bekommen. Das ist der zentralasiatische Ofchaka. Und der Diktator hat auch ganz viele verschiedene Hobbys zum Beispiel veröffentlicht, der ab und zu mal Rap-Videos. Übrigens, dieses Land eines Tages zu besuchen im Rahmen dieses Projektes wird die schwerste Herausforderung, weil es eines der isoliertesten Länder der Welt ist. Ich glaube, Nordkorea kommt schon fast Turkmenistan. Du darfst dort nur einreisen mit einem Guide, der dir die Stadt zeigt. Also alleine sowieso nicht. Und die Flüge sind unheimlich teuer und kosten bis zu 1000 Euro. Es gibt jedoch einen einzigen Verlierer und das war die Ukraine. Die Ukraine hatte während der Sowjetunion ein höheres BVP als nach der Sowjetunion. Das heißt, Ukraine ist objektiv betrachtet ärmer geworden. Und das auch schon vor dem Krieg. Also die Statistiken sind von 2017, 2018, also jetzt nach dem Krieg wahrscheinlich noch drastischere Lage. Beim BVP pro Kopf sieht es folgendermaßen aus. Das Baltikum hat so ein BVP pro Kopf von 20.000 bis 30.000 Euro, also sehr wohlhabend. Danach folgt Russland, Kasachstan, Turkmenistan und Weißrussland. Und dann die Länder Kaukasus. Und schlusslich sind die Ukraine, Moldawien und schließlich Tadjikistan. In Tadjikistan hat ein Mensch pro Jahr ungefähr 1000 Euro zur Verfügung. Also in Estland sind die Leute 30 mal reicher als in Tadjikistan. Klar, die Preise sind auch verschieden. Aber trotzdem, Tadjikistan ist im Vergleich also wirklich, ja, ziemlich arm. Ich war ja auch schon in Estland zum Beispiel. In Estland merkt man, alles ist topmodern. Die Infrastruktur, die Technik, die Wirtschaft. Also ist in Deutschland nichts hinterher, sage ich mal. In Tadjikistan war ich noch nicht, aber dafür zum Beispiel in Moldawien, dem, ich glaube, zweit- oder drittärmsten Land. Und auf den Straßen merkt man die Armut. Zudem stehen überall verlassenen Ruinen in der Stadt, wie hier dieser riesige Zirkus oder das Observatorium. Das heißt, die Statistiken sind schon aussagekräftig und die Lebensrealitäten sind zwei komplett verschiedene. Dann habe ich noch den Glücklichkeitsindex herangezogen, weil am Ende des Tages kommt es ja eigentlich nur darauf an, wie glücklich die Menschen innerhalb eines Landes sind. Und die Wirtschaft ist dann nur zweitrangig. Laut der UN-Stand 2017 ist Usbekistan das glücklichste Land, gefolgt von Russland, Litauen, Lettland und Moldawien. Und am unglücklichsten sind im Vergleich die Menschen aus Armenien, Georgien und der Ukraine. Dann will ich euch noch eine politische Dimension vorstellen, und zwar den Demokratieindex. Sieben von 15 Ländern werden international als Autokratien oder Diktaturen eingestuft. In Weißrussland haben wir seit Zusammenbruch der Sowjetunion den Präsidenten Lukaschenko, der an der Macht ist. Aber da sieht man auch, die Leute sind nicht immer einverstanden damit. In Weißrussland waren hunderttausende Menschen 2020 auf der Straße und haben demonstriert. Es wurden über 35.000, oder 33.000 Menschen, glaube ich, festgenommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 33.000 Leute wurden bei den Demonstrationen festgenommen. Und er ist trotzdem noch im Amt und regiert noch. In Kasachstan haben wir den Präsidenten Nazarbhajew. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Er ist ebenfalls seit Beginn der Unabhängigkeit Präsident. Und nach ihm wurde sogar die Hauptstadt jetzt benannt. Unbenannt, also schon krass, Leute. Sein Vorname Nur Sultan, so heißt jetzt Astana. Also da sieht man mal, wie viel Einfluss er auf das Land hatte. Berdi Mohamedov in Turkmenistan und Mirzoyoyev in Usbekistan wurden Präsident, erst als ihr Vorgänger starb. Elijev aus Aserbaidschan hat seine Präsidentschaft von seinem Vater geerbt. Und Putin ist auch schon seit 24 Jahren an der Macht. Also das sind die sieben Länder, die international als Autokratien eingestuft werden. Das heißt, in vielen Sowjetrepubliken ist das Amt des Präsidenten auf Lebenszeit ausgeschrieben, sage ich mal. Weil die meisten bleiben echt ihr ganzes Leben, bis sie sterben, Präsident. Jetzt sind wir fast durch. Ich will aber noch auf die Sprache eingehen. Und zwar hat man in allen 15 Ländern auch Russisch gesprochen, natürlich, wegen diesem Einfluss Russlands. Immer noch verstehen ein Großteil der Menschen in diesen Ländern Russisch. Das ist also ganz praktisch, wenn man reisen will. Dennoch wurden in vielen Ländern einige Gesetze veranlasst? Gesetze verabschiedet? Dennoch wurden einige Gesetze in vielen dieser Länder verabschiedet, um die eigene Sprache voranzutreiben. In Aserbaidschan, Moldawien, Usbekistan und Turkmenistan wurde sogar das russische, kyrillische Alphabet wieder durch das Lateinische ersetzt. Georgien und Armenien haben sowieso ihre eigenen alten Sprachen und komplett verschiedene Schriftzeichen. Jetzt steht natürlich noch die Frage im Raum, wie standen danach die Länder zueinander, nachdem sie unabhängig wurden? Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstand die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, dem alle Länder außer Lettland, Estland und Litauen beigetreten sind. Das Baltikum wollte sich möglichst weit abtrennen von der Sowjetunion und sie haben die Zeit der Sowjetunion als unrechtmäßige Okkupation wahrgenommen. Das heißt, die zwölf Länder hatten noch mehr oder weniger gute Beziehungen und Estland, Lettland, Litauen haben sich abgesondert. Danach hat sich aber noch viel getan. Viele Länder sind aus dieser Gemeinschaft unabhängiger Staaten ausgetreten. Das Baltikum ist der EU und NATO beigetreten, was Russland damals auch gar nicht gern gesehen hat. Innerhalb der Länder gab es dann auch nochmal Abspaltungen, also Transnistrien hat sich ja von Moldawien abgespalten, in Aserbaidschan gab es Abspaltungen mit Bergkarabach, dann gab es noch Abspaltungen in Georgien natürlich mit Südossetien und Abrasien, genau. Am spannendsten für die jetzige Zeit sind wahrscheinlich aber die Abtrennungen in der Ukraine. Zum Beispiel haben sich 2014 Luhansk und Donetsk abgespalten. Die meisten von uns haben von diesen Volksrepubliken erst gehört, als der Krieg angefangen hat, aber schon 2014 haben dort pro-russische Separatisten und ein gewisser Teil der Bevölkerung sich abgespalten und für Unabhängigkeit gekämpft. Das heißt, dieser Krieg geht schon sehr, sehr lange, aber er wurde dann sozusagen auf die nächste Stufe gebracht, 2022, als Russland, deren Unabhängigkeit dann bestätigt hat und zusätzlich sie in ihr Territorium eingegliedert hat. Das heißt, diese Länder wurden von Kriegen und Konflikten bisher fast alle nicht verschont. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hat euch spannende Einblicke gegeben in diese Länder und wie sie im Vergleich zueinander stehen, wo es besser läuft, wo es schlechter läuft. Es bleibt natürlich auch spannend, wie es in den nächsten Jahrzehnten weitergeht. Können die anderen Republiken ans Baltikum anschließen oder hängt das Baltikum, die anderen Republiken noch mehr ab? Und ja, jetzt noch spannende Neuigkeiten für die, die bis zum Ende drangeblieben sind. Und in ein, zwei Wochen geht es wieder richtig weiter mit dem Sowjetprojekt. Jetzt beginnt das Sowjetprojekt 6 und zwar fliege ich in ein Land der ehemaligen Sowjetunion und mache neue Filme für euch. Und ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, wohin es geht. Wir sehen uns dann wieder im Ausland, in einem neuen Land. Genau, Leute, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. 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 .